Sonntag, 11. Juni, 11.03 Uhr. In der Rheinhaussiedlung Önkelstieg nutzt der Berufsschullehrer Hermann S. ein kurzes Zwischenhoch. Die schmale Rauchsäule aus seinem mit zwei tiefgefrorenen Thüringen belegten Holzkohlegrill wird zum verheerenden Signal an die Nachbarschaft. Der überraschende Startschuss in die Grillsaison bringt die gesamte Siedlung völlig unerwartet in Zugzwang. Sonntag, 11.17 Uhr. Aufgrund von Rohstoffmangel erfolgen nur vereinzelte Konter von den Nachbargrundstücken. Halbherzige Experimente mit Fleischkonserven und gemischtem Aufschnitt in Alufolie schlagen fehl. Der beißende Geruch einer angebrannten Mortadella erstickt dann letzte Hemmung. 11.30 Uhr. Die verzweifelten Rufe der Rentnerin Emilie H. nach ihrem verschwundenen, mehrfach preisgekrönten Zwergfasan Hänschen verhallen ungehört. Zur selben Zeit schmückt der arbeitslose Rohrleger Otto W. liebevoll den Kopf seiner sechsjährigen Tochter mit einer langen, gelben Schwanzfeder, während auf seiner hastig improvisierten Feuerstelle eine nachlässig gerupfte Vogelleiche schmort. 12.06 Uhr. Neid und Missgunst der gesamten Anwohnerschaft richten sich auf den üppig belegten Tessiner Rundgrill des Bordellbesitzers Kurt S. Wie üblich kann ihm auch dieses Mal eine Straftat nicht nachgewiesen werden, sodass die Strafanzeige vom zweiten Vorsitzenden des Kaninchenzüchtervereins Die Steher über den Diebstahl seiner 20 gekürten Riesenrammler der Rasse Varus rusticus gegen unbekannt formuliert wird. 12.21 Uhr. In einem benachbarten Waldgrundstück bemerkt der Direktor des dort kampierenden kleinen Wanderzirkus Schöller das Verschwinden des ausgewachsenen Nilpferdbullen Romeo. 12.40 Uhr. Wegen der Größe des von seinen Söhnen erbeuteten Grillguts erweitert Luftwaffenmajor Außerdienst Ottfried von F. seinen Bratenrost mit Stahlmatten von einer nahegelegenen Großbaustelle auf 10 Quadratmeter. Als Zündhilfe für die durchfeuchteten Birkenstämme kommt erstmals ein bislang unerprobter Raketentreibstoff aus seiner einstigen Dienststelle zum Einsatz. Die 150 Liter Hydromethanolnitrat aus dem Kampfjägerbataillon Petra Kelly werden, wie sich augenblicklich zeigt, dem langjährigen Forschungsaufwand gerecht. 12.42 Uhr. Beim ökumenischen Gottesdienstbrot für die Welt in der 16 Kilometer entfernten Sottrupper St. Johannes-Kathedrale ist soeben der Choral »Bittet, so wird euch gegeben«, verklungen als ein drei Tonnen schweres goldbraun gebackenes Nilpferdfilet krachend das schwere Kupferdach des Hauptschiffs durchschlägt und auf der mundgemeißelten Elfenbeinorgel aus dem 14. Jahrhundert landet. Mit bewundernswertem Improvisationstalent verkündet Bischof Krögel seiner staunenden Gemeinde, der Herr sei bisweilen auch zu Scherzen aufgelegt. 12.50 Uhr. Die Reihenhaussiedlung ist von 200 Schaften der Polizei umstellt. Die vom gefesselten Tierpfleger des Wanderzirkus Schöller abgegebene Täterbeschreibung, Hawaii-Hemd, hellgraue Shorts, Tennissocken, dunkelbraune Herrensandalen der Marke Ötztaler Wanderspaß engt den Kreis der Verdächtigen auf ca. 400 ein. Durch dunkle Rauchschwaden und verkohlte Tierkadaver taumeln Familienväter zur Vernehmung. Menschen wie du und ich, die mal ganz spontan am Sonntag grillen wollten.